Taxi! Jede Frau, die sowas trägt, hat die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder Sex zu haben. Haben Sie irgendwelche Lehrerfahrungen? Ich habe große Sympathie für all jene Frauen, die ihr Leben ihren Kindern gewidmet haben. Ohne eine eigene Karriere. Nick! Hi! Verlass sofort meine Wohnung. Unsere Wohnung. Nein, ich habe den Ehevertrag nicht gelesen. Er hat jedem von uns eine Hälfte der Wohnung überlassen. Wenn wir uns scheiden lassen. Du denkst, er kommt zurück. Keine Sekunde hätte ich das Ding länger ertragen. Wo ist mein Bild? In deinem Zimmer. Über die Ästhetik des gemeinsamen Bereichs müssen wir uns sowieso unterhalten. Ich habe nichts dagegen einzukaufen und zu kochen. Aber wie wäre es, wenn du dich an den Kosten beteiligst? Ich bezahle dich, wenn du aufhörst zu kochen. Er kommt nicht zurück. Du bist 40, oder? Ich war 40, als er mich verlassen hat. Nick hat angerufen. Ich wollte nur ein paar Sachen holen. Es ist wirklich zu eng. Du kannst doch gar nicht atmen. Models atmen nicht. Niemand träumt davon, die zweite Ehefrau zu sein. Du kannst doch nicht Ehefrauen träumen im selben Satz sagen. Wie wäre es, wenn ihr da weitermacht, wo eure unglückliche Ehe aufgehört hat? Nein, danke.